So, und sehr willkommen zurück bei Doorways the Underworld. Wir sind nun hier unten. Wir haben unseren schönen Flashback nicht mehr. Na, toll. Ich fand ihn so wundervoll. Hier sind ganz enge Räume. Und ich weiß nicht, was wir hier tun. Und ich weiß auch nicht mehr, wie lang das Spiel eigentlich noch geht. Ich weiß nicht mehr, was meine Nase recht oft bei diesem Spiel juckt. Someone's found this place, and they are coming now. But they have no fear, for I am fear. I am pain, and I am suffering. And I walk a path of solid ground. My destiny is the light, the fire of truth. The of truth. So. Da ist ein Weg, und da ist ein Weg. Ich gehe da. Da geht's nicht. Ich gehe da. Oh, ich bin gerade ein bisschen eingespannt, weil das hier recht eng ist. Und ein Horror-Spiel. Und man weiß ja nie, was dann auf einmal passiert. There you were, at the top of your tower. Your eyes portrayed confidence and frivolity. But in the end, was I the hunter or the prey. Thanks to the psychic bond, we've been sharing all this time, we knew well enough, that doorways would never be able to mat out the necessary punishment. You are not going to give in. And I had already seen too much. My destiny, was to send you to hell. Okay, gehen wir mal in die Hölle. Da unten scheint's sehr schön zu sein. Wenn die uns da hinsendet. Scheinbar ist es wirklich noch nicht zu Ende. Und es geht scheinbar auch mal ein Stückchen. Das wusste ich natürlich nicht. Da ist auf jeden Fall eine Tür. Oh. Die wahrscheinlich so ist wie die andere, wo wir eben durch sind. Das wird ja schön. Also da. Boah. Also da. Einfach abreißen. Das ist nicht mein Herzschlag. Gehen wir mal da hin. Okay. Okay, 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 okay. Einfach, einfach hin. Einfach schnell sein. Einfach hin. You're getting closer. Danke. Das wollte ich nicht wissen. Vor allem nicht mit so einem böden... Wie heißt es? Füstern. Immer im rechten Nord. Da ist noch so eine Tür. Hier ist Signal. Press F. To start. Flashback. Hier ist Signal. Ah, von der Uhr, oder wie? Oder wie? Ich bin mal im rechten Nord. Ich bin ja schon bei mir so ein bisschen glied. Ich bin ja schon bei mir hier sein. Soll. Bleibt fern. Okay. Spiel. Wie schön. Hier ist die Tür. Das freute mich ja jetzt so sehr. So, ich weiß... Ich denk mal, dass ich das Teil nicht drücken sollte, wenn... ...wenn mein Herz guppert wie Sau. Guppert? Guppert. Ich weiß nicht. Was ist das denn? Was bist du? So, daher komm ich. Da ist irgendwas... Ach du... ...vieh, vieh, 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 vieh. Hässlich. Don't let me corner you. Hier ist an Ikki-Tree. Okay. Sie darf mich also nicht in eine Ecke drängen. Sonst vergewaltigt sie mich schon. Hier ist die Tür. Oder eine Tür. Wer weiß das schon. Okay. Hier ist vielleicht ein Hebel. Wer weiß das schon. Wer weiß das schon. Ich muss mich wahrscheinlich ein bisschen töten lassen. Damit ich weiß, wo die Hebel sind. Ich weiß das schon. Okay. Okay. Hä? Ja, Mann. Ich habe die Tür! Ich habe die Tür! Ah, blüroh, ich meine Ball. Watch where you turn on the flashback. Hm. Fuck your fool. Woher soll ich wissen, dass die da ist? Hier kurz merkt man an einem Herzschlag. Hä? Ach. Ich glaub ich hab's jetzt bestanden. Vielleicht. Muss nicht sein, aber vielleicht. Vielleicht kommt sie nur an diesen Dingern raus. Willst du mich ein? Lärge. Hä? Wo ist denn bitte dann der Hebel dafür? Ah! Ah! Bitte Tür sei auf! Bitte, Tür sei auf. Bitte, Tür sei auf. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Tür, ich liebe dich. Tür, ich liebe dich. Tür, ich liebe dich. Das ist so ein Teil schonmal und da hinten ist schonmal die Tür. Ich guck jetzt mal ob ich die Map erstmal ausfüllen kann. Das ist jetzt erstmal meine Taktik. Ich möchte nämlich wissen, wo lange ich laufen kann. Okay, boah. Das wird ja schön hier. Ich hoffe, dass wenn die mich tötet, ich die Map nicht nochmal ausfüllen muss. Das fände ich da nicht so prickelnd. Ganz und gar nicht. Das prickelt nicht schön in meine Bauchnabe. Ich seh nichts. Ja, also wenn ich noch die Kontrolle über meine Flashbacks hab, ist das schön. Ach, so kann ich also reden. Ach, sag das mir doch vorher, du blödes Wandschribselding da. Mann! Muss man erstmal selbst drauf gucken. Und die Map war größer. Und die Map war größer. Ich denke ich, dass das schön ist. Hier ist scheinbar auch ein Hebel. Boah. Boah. So. Da hinten muss ich nochmal. Ah, hier ist scheinbar Wegverkürzerung oder so. Ich muss drei Hebel drücken. Oder zwei Hebel. Da hinten. Und dann muss ich zum Ausgang. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. So was fährt auf einmal eine Partie. Oh, Mann. Oh, Mann. Bitte, Map sei noch so voll. Danke. Das war der falsche Knopf, Mann. Ich verstehe aber immer noch nicht, wie die bitte erscheint. Also, wie der ihr Erscheinungsmuster ist. Ich hab einfach keine Ahnung. Ich mach jetzt erst da hinten dieses... Ja, jetzt kommt die da auf einmal. Geh weg. Geh weg. Geh... Danke. Okay. So, nicht mehr von gleich. Nicht hier. Nicht hier. Oh, bleib. Ja, das ist schon mal unten. Okay. Scheinbar, das ist der andere Typ. Okay. Okay, dann müssen wir jetzt einfach schnell sein. Das hat man's für nichts abgedacht. Warte. Wie soll ich denn so schnell da hinkommen? Oh, okay. Hey. Das verstehe ich. Oh, das geht ja noch weiter. What? Ich bekomme hier langsam keinen Überblick mehr. Hier geht's noch weiter. Warte, ich kann's schon mal. Zurück. Ach, warte hier. Warte. Ich durche. Alter. Ich will hier keinen Kilometer-Rennen machen mit dir da. Ja. So. Bin ich da schon? Ja. Bin ich da auch schon? Da ist nichts. Okay. Da ist zum Beispiel auch eine Wand. Da ist natürlich keine Wand. Ah, jetzt komme ich also da wieder raus. Und hier komme ich hier. Ah, okay. Okay, okay, okay. War gerade eine Fliege am Kinn. Wo sind Hebel? Ich bin gerade von meiner Maus abgerutscht. Da unten ist der Schalter. Den müssen wir auf jeden Fall drücken. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Und natürlich... Äh... Oh, what the fuck! Alter! Oh, Alter! Okay, okay. Ich bin... Ich bin wach als Feuer. Ach, du... Fall der Mörder. Warte, womit... Da. Oh Gott! Das war jetzt gemein. Das war sehr gemein. Ich will doch nur diesen Hebel drücken. Lass mich diesen Hebel drücken. Du bist wieder die Kuh. Wo soll ich diesen Hebel denn drücken? Wenn der Kuh denn da ist? Nein, nein, nein. Ich weine da gleich rum. So, warte mal. Wenn jetzt da hinten... Jetzt hab ich dich aber geflackst, du. Da ist die Tür. Irgendeine Tür ist hier. Irgendeine Tür ist hier. Irgendeine Tür ist hier. Irgendeine Tür ist da. Lass mich... Lass mich... Ich soll... Von da bis hier hin rennen... ...können... ...times me down doing flashbang. Ha ha ha... Du bist so nett spiel. Ich singe so nette für dich. Ich hoffe, das war das so gut. Ich hoffe, das war das so gut. Warte, wo ständig da nochmal? Da, da, drüben, drüben. Okay, okay, okay. Oh, Gott. Das ist so gut, das ist so gut, das ist so gut. Das ist so gut. Ich gehe hier richtig, hoffe ich. Du blöde Kuh. Du blöde Kuh. Dann. Ähähähähähähähähähäh. Gehe ich richtig wenigstens? Nee, beide Richtungen sind richtig. Boah, das ist mal ne blöde Kuhi. Ich hab sie jetzt überhaupt nicht gesehen. Aber... ...ne egal. Frischböch. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber sie ist irgendwo. Irgendwo ist sie. Ich geh voll den falschen Weg. Ich bin scheiße. Da hätte ich schon noch abbiegen müssen. Jetzt bin ich traurig. Okay. Ja, wie oft willst du im Spiel das mir noch sagen? Hilfe, Hilfe. Der hört sich so nah an. So nah... ...verstanden. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Wo ist es hier? Wo ist es hier? Wo ist es hier? Wo ist es hier? Es geht ja noch weiter. Spiel, tu mir sowas doch nicht an. Ich habe gerade schon gehofft, ich könnte jetzt voll dancen und so. Oh je, das Spiel geht ja immer noch weiter. Hier ist nichts. Doch, da ist ein Schalter. Mano, wieso muss ich ja nur ein Schalter sein? Okay. Dann gehen wir da. Und wieso hat eigentlich mein Flashback so geflackert? Geflackert heißt das. Ich will nicht hoffen, dass das vielleicht bedeutet, was ich denke, dass es bedeutet. Dass sie mein Flashback kaputt macht und mich dann, wenn sie will, da Flashbacken kann. Das ist so ähnlich wie T-Bang. Irgendwo anders. Das ist Flashback. Alter, wie weit denn noch? Sind wir hier in den Katakomben? Von irgendwas? Echt? Da hinten ist der Schalter und da unten ist der für die Ausgangstür da. Kann es ja nicht irgendwie komplizierter machen. Als es mit der Trissi schon ist. Boah. Ich stelle mich jetzt hier hin. Boah. Ich hasse ihn. Don't let her corner you. Ich gebe dir gleich einen Corner. Corn hier. Ich bin richtig. Auch wenn ich gar keinen Zerber bin. Okay. Wo ist sie gespawnt? Ich stelle mich einfach dahin, wo sie gespawnt ist. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Lass mich. Oh, jötz. Ich war. Ich war sehr knapp. Knappigus. Ich weiß auch nicht, wo ich. Hier wollte ich nicht hin. Spiel. Hier wollte ich einfach nicht hin. Oh, ich warte jetzt nochmal. Was muss ich mir sagen? Was? Wieso? 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 Sie hat das getan, was ich... Sie hat mein Flashback kaputt. Ich habe das nicht angemacht. Mann. Ich habe mein Flashback kaputt. Warum macht ihr sowas? Sie ist doch blöd. Töten ist ja okay. Aber mein Flashback kaputt machen. Sie ist gemein. Ja, jetzt spawnt die da. Die blöde Kuh. Du blöde Kuh. Du blöde Kuh. Geh doch einfach weg. Wie soll ich den denn bitte sonst anmachen? Weiter. 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 Da ist sie. Sie ist so wunderschön. Ja, jetzt dank der Flashback nicht. Sag mal, wie zum ich eigentlich flachs... Oh Gott. Ich weiß nie, wo sie einfach erscheint. Okay. Wie gesagt, ich weiß nie, wo sie einfach erscheint. Ich weiß nie, wo sie einfach erscheint. Ich weiß es einfach nie. Ich weiß es nie. Ah! Vor allem, er schränkt es sogar nicht. Ich weiß es einfach nie. 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 Die macht... Spiel. Du bist gemein. Ich finde dich echt gemein. Du altes Schwein. Du bist so gemein. Du kriegst kein Bein mehr von mir. Boah, jetzt ist sie da. Du bist kicke. Du bist einfach kicke. Nee, die ist jetzt nicht da. Geht doch. Blödes. Jetzt ist sie da. Du blödes Kuh. Ich hab nicht mehr genug Zeit. Da. Ja. Ein bisschen hätte ich noch. Alter, wie soll ich es denn bitte bis dann? Geh mir weg. Geh mir weg. Das ist mein Flashback. Nicht deiner, meiner. Lass ihn in Ruhe. Er hat dir nichts getan. Und ich eigentlich auch nicht. Also lass mich auch nicht mehr. Boah, das ist gut so. Boah. Wo ist sie? Da ist sie. Gut, 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 gut. Da wollte ich sie. Da ist sie. Okay. Nein, flieg dich! Boah. Ja, ja, ja. Komm her. Du kannst mich hören. Es war mir jetzt zu knapp. Boah. Es war zu knapp. Ja, ja. Jetzt hat sie Angst vor mir. Das weißt sie. Okay, da ist sie. Gut, gut, gut. Oh Gott, ich wusste nicht, wo sie ist, aber sie war okay. Boah. Spiel. Geh mir einfach nicht auf den Sack. Geh mir einfach nicht auf den Sack. Danke. Oh, danke. 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 Das Spiel ging mir jetzt noch weniger auf den Sack. Du hängst ihn mir jetzt genau in die Fresse. Hilfe. 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 Geh weg. Geh weg. Geh weg. Danke. Danke. Lass mich einfach gehen. Ich mach die nächste Tür auf. Nein. Boah, Alter. Was heißt das? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nichts Gutes. Du sei es dann nicht Gutes, ey. Mach dir einfach mein Tisch weg kaputt. Mach dir einfach mein Tisch weg kaputt. Mach dir einfach mein Tisch weg kaputt. Oh Gott. Wie blöde Pfeil. Wie blöde Möse. 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 Die ist auch immer blöd. Man kriegt die ja selten. Oh Gott. Die schreit auch noch so kacke. Waaah. Geh auf. Hilfe. Boah. Oh. Ich weiß nicht einfach, weil ich so ekelhaft. Ah. 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 Das war sogar D. Ah, ist das die Frage? Es riecht nach Freilichd. Oder hat hier einfach jemand gepupst? Spiel bist du jetzt eigentlich zu Ende? Fragezeichen? Diese Folge geht jetzt schon eine halbe Stunde. Ich hatte eigentlich nicht so... Ich dachte, dass das noch so lang geht. Aber es ist bestimmt jetzt vorbei. Kommt natürlich drauf an. Wenn ich jetzt... Oh ja, ist vorbei. Chapter 3 cleared. Okay. Chapter 3 finished. Thanks for playing. Stay tuned for chapter 4 at www.dorgetways.game.com Komm. Okay. Immer doch... Auf jeden Fall, ich werde auch... Irgendwann den vierten Teil wahrscheinlich spielen. Also Chapter 4. Mal schauen. Also beide tun. Auch nicht jetzt. Dann sehen wir uns halt beim nächsten LP. Beim nächsten Horror-LP. Seht ihr mich auch. Und ansonsten guckt bei anderen Sachen vorbei. Wenn du mal... Hast du irgendwas da? Kommentiert. Schreibt... Schreibt, ihr mögt diesen Monster. Kommt mal noch. Tschau. Und bis zum nächsten Mal bei mir. Tschau.